Die Würde der menschlichen Person ist der Grund, warum jeder Mensch das Recht auf Gedanken, Gewissens- und Religionsfreiheit hat. Doch auch 70 Jahre nach der Unterzeichnung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird das Recht auf Religionsfreiheit in vielen Ländern missachtet. Nicht selten ist die Religionsfreiheit sogar eine Frage auf Leben und Tod. Daher lenkt der Bericht Religionsfreiheit weltweit von Kirche in Not die Aufmerksamkeit auf dieses fundamentale Menschenrecht. Verschließen Sie Ihre Augen nicht vor religiöser Verfolgung.